Wer soll hier weh mein Bild schicken, was? Koro, wohin geht's gerade? Ich bin verwirrt! Ja, das ist geheim. Warum kann ich mich... Ach, jetzt kann ich mich auf einmal. So, du hast zwar gesagt, du gehst gleich offline, aber ich suche da gleich mal noch eine Gruppe für den Daily Token Dungeon. Ich will mich das Kackgame gerade echt verarschen. Worum geht's denn? Ich will nicht nach Dark Horror. Das Drecksgame portet mich jetzt überall hin und ich glaube, wo ich hin will. Na, hast du die Quest mit dem Schmied jetzt schon abgegeben? Nein, ich darf jetzt den ganzen Weg wieder hinlatschen. Naja, dann latsch halt den Weg dahin. Hauptsache du ziehst die Waffe kurz aus und klickst dann in der Quest auf den Schmied. Dann läufst du automatisch zu ihm. Musst halt nur vorher die Waffe ausziehen. Gott, wie das nervt. Will er mich jetzt verarschen? Dann will er mich verarschen, oder? Ich darf diese Portstein die Anzeiten nicht benutzen und jetzt mach das von alleine. Ja, doch könnte man die 10. Frau werden. Alter, ich kriege ein Herzkasten. Wieso ist deine Frau wach geworden? Mein Kind, mein Kleiner weint. Na gut, dann warst du das erstmal für mich. Dann muss ich die Charakterist leider auch wieder auf Eis legen.